hallo meine lieben ich bin's heute thomas aka sparkoyote heute geht es in diesem video um ein kleines fazit review könnte man sagen über den sony prst2 das ist ein kleiner e-reader der ist sag ich jetzt mal komplett unabhängig von einem store da kann man einfach daten aufladen er hat auch sogar einen kleinen micro sd speicherplatz hier wo man eine micro sd einschieben kann hat aber auch intern speicher und ja ich nutze diesen e-reader jetzt schon seit einem halben jahr und ich bin ja wirklich von physischen büchern im prinzip weg und habe jetzt wirklich nur noch ebooks hier auf dem e-reader und ja ich lese die jetzt schon also ich lese jetzt schon eben seit einem halben jahr hier drauf und es ist meiner meinung nach sogar die bisher beste entscheidung gewesen bezüglich eben des lesens weil ich hatte vorher natürlich auch noch nicht so viele bücher bin ich auch froh dass ich diesen umstieg schon so früh gemacht habe bevor sie irgendwie hunderte von büchern angesammelt haben und das heißt für mich einfach weniger platzaufwand und es ist alles hier kompakt drin und ja erstens mal das wichtigste sind man die batterie oder der akku wie lange hält der und so weiter ich habe das ding ja gebraucht gekauft für 42 schweizer franken inklusive porto da bin ich natürlich super froh für den preis dass ich das den bekommen habe und der zustand natürlich auch noch super cool gut erhalten und ja der akku der hält effektiv etwa vier wochen und ich lese halt jeden tag einfach 15 seiten und das ist natürlich schon eine ganze menge wahrscheinlich hält er natürlich mehr seiten einfach wenn er im stand bei ist also ich schalte den nie aus dann verbraucht er natürlich auch eine kleine oder eine kleine menge an an akku und aber eben vier wochen ist natürlich eine super lange laufzeit und ich muss den einmal im monat laden für etwa eine stunde zwei und dann ist das ding wieder hochgeladen und ja ich habe darauf dutzende von büchern die ich überall mitnehmen kann das heißt weil ich mache das ja so dass ich in meiner morgenroutine 15 buchseiten diese egal wo ich bin ausnahmslos und wenn ich dann halt unterwegs bin dann muss ich kein buch mitnehmen sondern habe dieses kleine tablet hier vielleicht als vergleich das ist mein iphone 6s plus und dann sieht man das hier vielleicht von der größe so ist fast also sehr ähnlich groß ein bisschen höher und natürlich etwas mehr breiter aber es ist super krasse es passt sogar in meine jackenkasche in meine winterjackenkasche und da kann ich auch mal unterwegs im öv lesen wenn ich lust habe und so und das ist ein super super krasses gerät meiner meinung nach und was mir halt auch extrem wichtig war dass ich nicht online abhängig bin wie beim amazon kindle und so weiter ich wollte das einfach alles manuell machen können dass ich einfach dateien pdfs und so weiter einfach aufhauen kann und die dann einfach persönlich lesen kann und mit dem internet verbunden sein muss weil ich bin selten mit dem internet vielleicht gar nicht gar nie das internet hier ist immer abgestellt das wlan und ja also für mich ist das eine der besten entscheidung eben auch gewesen in bezug auf minimalismus weil ich ja zwar schon gerne physische bücher lese oder auch in der hand habe aber die einfach platz brauchen und nicht den platz eigentlich unbedingt für diese bücher aufwenden möchte darum alles super kompakt hier auf dem e-reader super cool gemacht eigentlich ja perfekt eigentlich für mich in dem sinn und eben darum auch sehr froh dass ich diesen umstieg sehr früh gemacht habe so dass ich nicht so viele bücher loswerden musste die bücher bin ich ja dann über gewinnspiele hier auf meinem youtube-channel losgeworden und auf meinem blog da habe ich ein neues zuhause für diese bücher gefunden bin auch sehr froh dass da sich viele leute gemeldet haben die die bücher wollten und ja das ist natürlich auch eine super sache die ich dann dadurch möglich machen konnte indem ich mir diesen e-reader gekauft habe zudem vielleicht auch noch was mir einfach auch im e-reader gefällt ist der kontrast sage ich jetzt mal man kann sehr gut lesen hier ich kann es ja mal kurz in die kamera halten ich habe jetzt einen manuellen fokus an darum kann ich es nicht so nah halten aber man sieht es ist der kontrast ist super gut man kann super gut lesen es ist wie auf einem blatt papier ich sehe auch keine pixel und soweit natürlich wenn ich ganz nahe hingehe dann sehe ich die pixel aber ich lese halt ganz normal vielleicht so in dieser entfernung und ich habe es dann sehr gerne den text groß wie ihr das hier seht das gefällt mir extrem weil da kann ich besser lesen oder ich habe einen schnelleren lesefluss weil ich nicht irgendwie die in der zeile verrutsche erleichtert das für mich um einiges das hatte ich immer ab und zu probleme bei den büchern hat mich auch persönlich so ein bisschen gestört da bin ich vielleicht ein bisschen speziell und eigen aber so lese ich extrem gerne weil ich kann auch die schriftgröße anpassen das ist ein großer pluspunkt hier auf so einem e-reader und wie schon gesagt also das nonplusultra ist wie schon gesagt auch das gewicht übrigens dieser e-reader ist leichter als mein iphone 6s plus also das heißt er ist zwar größer aber er ist leichter und was natürlich auch super wichtig war für mich persönlich ich wollte es hat zwar ein touchscreen aber ich wollte buttons haben und das hat der sony prst 2 weil ich ich nicht gerne swipe weil es gibt dann auch fingerabdrücke mit der zeit und ich möchte ich also ich ich berühre den touchscreen sehr sehr selten und benutze ich immer nur diese zwei buttons hier und den home button und das ist hier zum blättern da sieht man vielleicht hier blättern auch ziemlich schnell also von dem her bin ich da sehr zufrieden mit diesem gerät und auch für den preis ich habe 42 schweizer franken gekauft neu kostet das gerät irgendwie 150 oder so und man bekommt das fast gar nicht mehr weil das ist halt schon relativ altes gerät und ich habe deshalb für 42 schweizer franken gekauft und wenn man das so als investment anschaut diese 42 franken haben sich schon lange mehrfach ausgezahlt durch die ganzen bücher die ich darauf lesen konnte und entsprechend auch auf den mehrwert den das gerät effektiv eigentlich mitbringt und ich denke mal dieser oder dieser e-reader wird mir jetzt noch weitere jahre sicher sehr sehr lange bestehen bleiben bis er kaputt geht weil hier braucht man nicht wirklich einen prozessor und was auch immer da liest man ja effektiv nur pdf ebook und andere text oder buch dateien oder ebook dateien und da wird sich nichts großartig was ändern irgendwie in naher zukunft und ich möchte auch kein backlight haben nichts sondern das ist für mich so vollkommen in ordnung weil ich lese sowieso nur wenn es hell ist oder ich irgendein leselicht habe und so weiter von dem her ist für mich kein problem und ja vielleicht auch noch so ein kleines oder zukunftsblick hier ich werde ja selbstständig sein im oder ab dem ersten november und da werde ich auch entsprechend vielleicht das eine oder andere mal mehr hin und her reisen müssen oder können oder dürfen wie man das auch sehen mag und das ist natürlich auch entsprechend ein großer pluspunkt wie schon gesagt ich reise ja nur auch mit dem backpack also nur mit einem backpack ich habe gar keinen koffer mehr und dann ist es natürlich von absoluter wichtigkeit jeden platz so zu nutzen wie er am optimalsten ist und die meisten bücher sind definitiv dicker hier als der sony prs t2 und auch definitiv größer in der regel und deshalb ist es einfach nur noch mal am pluspunkt auch für die zukunft entsprechend ich kann damit reisen ich kann damit überall hingehen und so weiter und ich habe meine ganze bibliothek hier drauf und habe dann die volle auswahl welche bücher ich entsprechend lesen möchte oder lesen kann genau ja also ich empfehle definitiv für die leute die noch keine e-reader haben mal da reinzuschauen in die e-readers es muss nicht genau der sony prs t2 sein sondern es kann auch irgendein anderer e-reader sein von avazone oder von was auch immer es da noch für marken gibt und auf jeden fall extrem coole sache auch einfach mal ausprobieren vielleicht es ist natürlich am anfang etwas gewöhnungsbedürftig weil man eben keine seiten mehr hat zum blättern aber man man gewöhnt sich schnell daran und ich mag es jetzt so viel viel besser weil es halt einfach viel übersichtlicher ist ich kann die schriftgröße einstellen wie schon gesagt man kann hin und her gehen und man kann es auch in einer hand halten das war auch immer so ein so ein manko für mich bücher muss man meist mit zwei händen geben oder es hat sich so in der mitte muss man speziell damit nicht zusammenklappt und hier das ding kann ich einfach mit einer hand heben kann dann hier meine knöpfe drücken oder ich kann es auch so heben wie ich das möchte oder ich kann es auch so heben oder so und dann kann ich mal immer wieder drücken also es ist wirklich super cool und auf jeden fall sag ich jetzt mal ein lifestyle upgrade für mich oder vereinfacht auch sehr vieles für mich entsprechend und natürlich man hat eben den platz mehr man muss keine regale sag ich jetzt mal vollpacken mit büchern weil mir das sowieso nicht ist also ästhetisch gefällt mir das nicht es hat zwar so einen coolen charme aber mir gefällt das nicht so und ich meine wenn leute in mein haus kommen die sehen dann vielleicht okay hey ich lese so viele bücher super cool und so aber schlussendlich ist es ja dann auch völlig egal ob die leute sehen was für bücher ich lese oder nicht ich kann ja dann über bücher berichten wenn wenn es zum thema kommen sollte welche interessant finden und so und das geht dann halt auch alles wieder so ein bisschen in den minimalismus zurück das ist halt alles sei jetzt mal ineinander verworren es ist natürlich im echten leben nicht so dass man einfach strikt lebensbereiche trennen kann nein es ist natürlich es hat übergänge und so weiter und das sollte natürlich völlig klar sein ja ich hoffe dieses kleine fazit über allgemeines e-reader hat euch gefallen falls ja gerne doch einen daumen nach oben mich würde auch interessieren ob du schon einen e-reader hast oder in zukunft dir vorstellen könntest einen dir zuzulegen und entsprechend auch umzustellen so wie ich das gemacht habe interessant wäre dann natürlich auch zu wissen was du mit den bücher machen würdest die du jetzt hast vielleicht hast du ja extrem viele ich hatte nie so viele würde mich super interessieren gerne in die kommentare schreiben wenn du übrigens auch keine videos mehr verpassen möchtest gerne mich hier abonnieren kannst du da unten auch auf die glocke drücken dass du keine videos mehr verpasst und für mehr content gerne auf meinem blog vorbeischauen der ist ebenfalls unten in der video beschreibung verlinkt sparkojute.ch ansonsten sehen wir uns im nächsten video tschö leute